Maasai in Tansania vertrieben, sind Touristen und Jagdsafaris wichtiger? Die Maasai sollen umsiedeln. Eigentlich sind sie eines der Wahrzeichen Afrikas und aus Reisebroschüren über Tansania oder Kenia nicht wegzudenken. Doch jetzt sollen die Maasai ihre traditionellen Lebensgebiete verlassen. Ob sie wollen oder nicht. Das hat die Regierung von Tansania entschieden. Aber warum? Im Namen des Naturschutzes. Die tansanische Regierung will bis 2027 rund 82.000 Maasai aus der Morongoro Conservation Area, NCA, einem Gebiet nahe des berühmten Morongoro Krater, in andere Teile des ostafrikanischen Landes umzusiedeln. Der angegebene Grund. Naturschutz. Maasai sollen Gefahr für das Ökosystem sein. Eine Studie von 2019, auf die sich Tansanias Regierung unter Präsidentin Samia Zuluwu Hassan, im Bild, beruft, stuft die Maasai als Gefahr ein. Die wachsende Bevölkerung, immer größere Herden und die zunehmende Landwirtschaft zerstören das Ökosystem, heißt es. Die Übernutzung bedroht das auch für den Tourismus so wertvolle Schutzgebiet. Mehr Platz für Touristen und Jäger? Die Maasai hingegen sind sich sicher, dass sie ihr Land räumen sollen, damit Platz für Luxustourismus und Jagdsafaris entsteht. Ihr Argument? Die traditionelle Lebensweise indigener Gemeinschaften wie der Maasai steht nicht im Widerspruch zur Natur. Ein Unternehmen aus Dubai hat das Land gepachtet. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass der Nutznießer des neuen Wildschutzgebietes, die Otterlo Business Corporation wäre, ein Jagdunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das das Gebiet bereits seit 1992 gepachtet und dort Luxusunterkünfte und ein Flugfeld errichtet hat. Geld für die Regierung Laut dem Artikel der Frankfurter Rundschau sind Safaris und Wildtierjagd für Tansania ein einträgliches Geschäft. Denn für jedes erlegte Tier fließen auch Lizenzgebühren in den Staatshaushalt. Der Konflikt eskaliert. In dem Konflikt geht es um ein rund 1500 Quadratkilometer großes Areal nahe dem Morongoro-Krater am Rande der Serengeti. Die Regierung spricht von einer freiwilligen Umsiedlungen, aber die Realität scheint anders zu sein. Zwangsräumungen mit Verletzten Einige der betroffenen Maasai in Tansania sind nach Kenia geflohen. Gegenüber der Tagesschau haben sie berichtet, dass Polizisten und Sicherheitskräfte mit Waffen gekommen seien. Die Polizisten hätten ihnen gesagt, das Land gehöre der Regierung, sie sollten es verlassen. Als sie nicht wussten, wohin, hätten die Polizisten auf sie geschossen, sogar auf Frauen und alte Leute. Sie haben unsere Häuser zerstört und unser Vieh geschlachtet. Polizeigewalt gegen Proteste Nach Informationen der Frankfurter Rundschau kam es bereits im Juni 2022 zu Zwangsräumungen. Dabei hat die Polizei versucht, die Proteste der Maasai mit Gewalt aufzulösen. Zwei Menschen kamen ums Leben. Ein Maasai wurde von Kugeln aus einer Polizeipistole getroffen, ein Ordnungshüter durch den Speer eines Maasai getötet. 30 Menschen erlitten schwere Verletzungen. Maasais suchen Unterstützung in Europa. Ende Mai 2023 war eine Delegation der Maasai in Europa. Auf ihrer Suche nach internationaler Unterstützung haben sie, begleitet von Vertretern verschiedener NGOs, auch deutsche Politikerinnen und Politiker getroffen. Denn es fließt viel deutsches Geld nach Tansania. Die Rolle von Deutschland Deutschland fördert Naturschutzprojekte in Tansania mit jährlich rund 80 Millionen Euro. Und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, ZGF, steht als enge Partnerin der Tansanischen Nationalparkbehörde, ebenfalls in der Kritik. Menschenrechtsverletzung Wenn Sie nicht garantieren können, dass Ihr Geld keine Menschenrechtsverletzungen unterstützt, behalten Sie es. So der Vorwurf der Maasai laut einer Pressemitteilung der NGO FIAN Deutschland. Nicht gehaltenes Versprechen Die Maasai sollten neue Dörfer in der Ngorongoro Conservation Area, NCA, errichten. Dort könnten sie dauerhaft bleiben, wurde ihnen damals versprochen. Jetzt, 83 Jahre später, kommt es anders. Die Maasai sind entschlossen, sich nicht nochmal vertreiben zu lassen. Ob sie es schaffen, ist die große Frage. Die Maasai sind entschlossen, sich nicht mehr. 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 Die Maasai sind entschlossen, sich nicht mehr.